Hi Leute, wir spielen heute kein Spiel, sondern möchte ich einfach nur ein kleines Ankündigungsvideo machen. Es geht um Europa Universalis 3, wir spielen damit nur Mod. Die Mod können wir euch dann alle schicken und auch den neuesten Patch, wenn ihr das braucht, dann. Wenn ihr dann mitmachen möchtet, kann man euch das alles schicken, das ist alles kein Problem. Wie ihr mitmachen könnt, ist ganz einfach. Ihr schreibt in den Kommentaren rein, ja, ich würde gerne mitmachen. Und schreibt dann euren Steam-Namen bitte rein. Danke. Ich werde euch dann adden, ihr kriegt dann eine Einladung von mir und gut ist. So, jetzt erkläre ich euch mal kurz, welche Länder schon vergeben sind. Vergeben sind schon England, Frankreich, Kastilien, Österreich, Böhmen, Schweden, Polen, Litauen, Muscovy oder Novgorod werden wahrscheinlich auch eine der beiden Fraktionen vergeben sein. Die Osmanen, die Mailänder, die Marmeluken und ja, das war's glaube ich soweit. Die ganzen Länder sind jetzt schon vergeben. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wo könnte man denn jetzt noch spielen. Also einer könnte zum Beispiel noch Bulgarien oder Serbien spielen. Wenn jemand Lust drauf hätte, könnte er auch Marokko zum Beispiel spielen oder Cyanis oder Hassitz. Wäre auch kein Problem. Natürlich kann man auch sagen, dass jetzt jemand zum Beispiel den Oman oder Jemen oder sowas spielt. Das wäre auch echt kein Problem. Oder wie an Naga oder wie ich sehr gerne nenne Viagra kann man natürlich auch noch gerne spielen. Oder irgendwas anderes hier in Indien oder hier irgendwie Induits oder Jalairits, wie auch immer. Oder auch hier in China oder Indokina. Wer auch immer oder welche Nation auch immer, ihr könnt auf jeden Fall noch mitspielen. Natürlich gibt es noch Fraktionen in Europa, die nicht besetzt sind. Ist ja logisch. Aber wir wollen halt so spielen, damit es schon Krieg zwischen Menschen, die den Spielern gibt. Aber man auch mal spielen kann, ohne damit man sich gleich gegenseitig vernichtet. Also wer jemand Lust hat mitzuspielen, wäre auf jeden Fall echt cool, wenn man sich das sehen würde. Und dann denke ich, das war alles. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kann man das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir spielen immer Samstag, so ab 15 Uhr bis 18 Uhr, 19 Uhr, je nachdem. Und ja, das wäre echt cool, wenn da einige mitmachen könnten. Und ja, ich denke, das war alles soweit. Einfach einen Steam-Name in die Kommentare schreiben, wenn ihr mitmachen möchtet. Unterschreiben, dass ihr mitmachen möchtet. Und ich werde euch dann adden. Und dann könnt ihr mitspielen. Wäre auf jeden Fall sehr cool, Leute. Ich kann es immer wieder nur sagen. Bis dann. Ciao.